Dieser Waluigi-Spieler ist nicht mehr aufzuhalten. Waluigi ist in der letzten Runde auf Platz 1, dicht gefolgt von den anderen. Als Item hat er nur eine Münze und eine Bombe bekommen. Als ob das nicht schlecht genug ist, kommt noch ein blauer Panzer angeflogen. Das sieht aussichtslos aus, was meint ihr? Er wird zwar vom blauen Panzer getroffen, allerdings ist Waluigi unverwundbar und fährt einfach weiter, als wäre er nichts gewesen. Jetzt wird es chaotisch. Waluigi nimmt die Bombe, lässt sie direkt fallen und wird daraufhin von einem grünen Panzer getroffen. Das bringt ihn zwar zum Stoppen, aber die Bombe explodiert und nimmt den Spieler des grünen Panzers mit sich. Und so fährt Waluigi wieder gemütlich an ihm vorbei und abonniert meinen Kanal, denn...